Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir können einen vorentscheidenden Schritt gehen, falls wir in Leipzig gewinnen. Wir haben Vertrauen in uns selbst, wir haben die Qualität. Wir haben eine super Mannschaft und wollen das Maximum rausholen. Das sind die Spiele, die wir alle spielen wollen. Die Titelentscheidungen rücken näher. Die heiße Phase beginnt. Samstag geht es gegen Leipzig, das ist das Topspiel der Bundesliga. Weil Leipzig nicht ohne Grund auf Platz 2 steht, sondern auch eine Toparbeit, die schon in den letzten Jahren geleistet hat. Deswegen ist das für alle Fußballfans in Deutschland, die die Bundesliga verfolgen, der Gradmesser und ein heißer Tanz. Die Stärken der Leipziger liegen sicherlich in einer Eingespieltheit, in einer Ausgewogenheit. Sie wissen, was sie auf dem Platz machen wollen. Es ist eine Top-Mannschaft mit einem guten Trainer, der die Mannschaft auf ein anderes Niveau gehoben hat. Taktisch sehr gut. Sie verteidigen als Einheit, sie sind robust und das macht es eigentlich auch so schwer. Deswegen werden da zwei Mannschaften gegenüberstehen, die auf Top-Niveau sind. Wir haben in der Offensive sehr gute Optionen, verschiedene Varianten an Aufstellungen. Es wird sicherlich ein bisschen anders aussehen als in den Spielen mit Robert Lewandowski. Aber nichtsdestotrotz fahren wir mit breiter Brust und vier Punkten Vorsprung nach Leipzig. Ich bin definitiv bereit, die Mannschaft ist bereit. Das sind die Spiele, die wir alle spielen wollen. Also das wird eine Nummer für uns und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja auch die Competition, wir wollen die Herausforderung, wir wollen den Wettkampf. Wir haben Vertrauen in uns selbst, wir haben die Qualität und wir wollen jeden Gegner schlagen und deswegen wollen wir auch Leipzig schlagen, das ist ganz klar. Ich habe ein gutes Gefühl und wir als FC Bayern, wir haben eigentlich immer das Gefühl, wenn wir in ein Spiel gehen, dass wir als Sieger vom Platz gehen werden und so wird es auch diesmal sein. Es wird spannend auf jeden Fall. Das ist eigentlich angerichtet für die heißeste Phase der Fußball-Saison. Also perfekte Bedingungen.